Wie leistungsfähig das israelische Luftverteidigungssystem ist, konnte man dieses Jahr bereits zweimal beobachten. Im April griff der Iran Israel erstmals direkt mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen an, unterstützt durch die Hisbollah im Libanon und die Houthis im Jemen. Insgesamt wurden bei diesem Angriff 170 Drohnen, 120 ballistische Raketen und 30 Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. 99% wurden durch Israel und seine Verbündeten bekämpft. Am 1. Oktober dann der zweite iranische Raketenangriff auf Israel mit insgesamt 180 ballistischen Raketen unterschiedlicher Typen. Während der Iran behauptet, 90% der Raketen haben ihr Ziel getroffen, dementiert Israel und behauptet, die meisten Projektile wurden erfolgreich bekämpft. Angesichts dessen, dass bei diesem zweiten Angriff nur ein palästinensischer Zivilist ums Leben gekommen ist, ist davon auszugehen, dass in der Tat ein Großteil der anfliegenden Projektile erneut erfolgreich abgewehrt wurde. In den Medien hört man in diesen Zusammenhängen immer wieder den Begriff Iron Dome, der Israel schützt oder angeblich versagt hat, je nachdem welches Medium man liest. Dabei ist der Iron Dome nur ein Bestandteil des integrierten Luftverteidigungssystems, das Israel schützt. Dieses Luftverteidigungssystem besteht aus drei bodengebundenen Flugabwehrsystemen, Iron Dome, David Sling und Arrow und wird durch Einheiten der israelischen Luftwaffe und Marine ergänzt. In diesem Video schauen wir uns an, wie Israels integriertes Luftverteidigungssystem funktioniert. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn ihr in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Der Iron Dome wurde nach dem Sommerkrieg im Jahr 2006 zwischen Israel und der Hisbollah entwickelt. Im Laufe dieses Krieges feuerte die Hisbollah fast 4000 Raketen auf Israel ab, die großen Schaden anrichteten und auch dutzende zivile Opfer forderten. Entwickelt wurde das Iron Dome-System von den beiden israelischen Rüstungsunternehmen Rafael Advanced Defense Systems und Israel Aerospace Industries mit Unterstützung der USA. Im Jahr 2011 wurde das System dann in Betrieb genommen und auch erstmals im Kampf eingesetzt, als es eine aus dem Gaza-Streifen abgefeuerte Rakete abfing. Seitdem hat der Iron Dome laut Angaben des Herstellers bereits über 5000 Ziele erfolgreich bekämpft. Aufgrund dieser beeindruckenden Zahl gilt das System auch als das am besten erprobte Flugabwehrsystem der Welt. Eine Iron Dome-Batterie besteht dabei aus einem ELM 2084er ESA Multimission Radar, einem Kontrollzentrum und bis zu vier Startgeräten mit jeweils 20 Flugabwehrraketen vom Typ Tamir. Das Radar erkennt und verfolgt ankommende Raketen. Das Kontrollzentrum berechnet basierend auf den Radardaten, welche Raketen wahrscheinlich auf bewohnte Gebiete treffen und welche nicht. Anschließend werden nur die Raketen abgewehrt, die tatsächlich eine Bedrohung für bewohnte Gebiete darstellen. Eine Iron Dome-Batterie kostet wohl zwischen 37 bis 50 Millionen US-Dollar, so ganz genau weiß man das nicht und eine Tamir-Flugabwehrrakete schlägt mit 50.000 US-Dollar zu Buche. Aktuell sind mindestens 10 Iron Dome-Batterien über ganz Israel verteilt. Insgesamt plant die IDF wohl die Beschaffung von 15 Batterien. Die Kampfentfernung des Systems liegt bei bis zu 70 Kilometern und die Höhenabdeckung bei bis zu 10 Kilometern. Allerdings wird derzeit daran gearbeitet, die Kampfentfernung auf über 200 Kilometer zu erhöhen. Bekämpfbare Ziele sind Marschfuhrkörper, Kurzstreckenraketen, Drohnen, Artillerie und Mörsergeschosse sowie Präzisionsmunition. Laut der IDF liegt die Trefferquote bei ganz 90 Prozent, wobei sich um diese Zahl Kontroversen renken. Bei David Sling handelt es sich um ein Flugabwehrsystem mittlerer bis großer Reichweiten. Es wurde von Rafael Advanced Defense Systems und Raytheon entwickelt und 2017 in Betrieb genommen. Bei der IDF hat es die Flugabwehrsysteme Hawk und Patriot ersetzt. David Sling ist in der Lage, ballistische Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen in geringer Höhe abzuschießen. Darüber hinaus kann das System auch Flugzeuge, Drohnen und Marschflugkörper bekämpfen. Genauso wie Iron Dome bekämpft auch David Sling nur Luftziele, die eine konkrete Gefahr für bewohnte Gebiete darstellen. Israel verfügt über mindestens zwei einsatzbereite David Sling Batterien. Eine David Sling Batterie besteht aus einem ELM 2084 AESA Multimission Radar, einem Battle Management Center und einer unbekannten Anzahl von Startgeräten, die jeweils bis zu zwölf Flugabwehrraketen vom Typ Stunner mitführen können. Die maximale Kampfentfernung beträgt 300 Kilometer und die Höhenabdeckung 15 Kilometer. Die Kosten für einen Stunner-Lenkflugkörper belaufen sich auf etwa eine Million US-Dollar. Laut der IEF liegt die Trefferquote bei 96 Prozent. Zur Abwehr ballistischer Raketen in der oberen Abfangschicht kommen die Raketenabwehrsysteme Arrow 2 und 3 zum Einsatz. Arrow 2 wurde nach dem Ersten Golfkrieg 1991 entwickelt, in dem der Irak Dutzende Skat-Raketen aus sowjetischer Produktion auf Israel abfeuerte. Im Jahr 2000 wurde Arrow 2 dann in Dienst gestellt. Es ist in der Lage, ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen auf Entfernungen von bis zu 500 Kilometern zu erkennen und in bis zu 100 Kilometer Entfernung und 50 Kilometer Höhe zu bekämpfen. Zeitgleich können bis zu 14 Ziele verfolgt und bekämpft werden. Berichten zufolge wurde Arrow 2 erstmals 2017 im Kampf eingesetzt, als es eine syrische Bodenluftrakete bekämpfte. Arrow 3 ist der modernste Flugkörper des Arrow-Waffensystems. Entwickelt wurde die Flugabwehrrakete von Israel, Aerospace Industries und Boeing. Seit 2017 ist Arrow 3 im Dienst der IDF und soll ballistische Raketen mittlerer und großer Reichweite außerhalb der Erdatmosphäre bekämpfen. 2023 wurde das System erstmals im Kampf eingesetzt, als es eine von den Husi-Rebellen in Jemen abgefeuerte ballistische Rakete abfing. Die maximale Kamprentfernung wird mit 2400 Kilometern und die Höhenabdeckung mit 100 Kilometern angegeben. Eine Arrow-Batterie besteht aus einem ELM-2080S Green Pine Block C, Weitbereichsradar, einem Fire Control Center, einem Launcher Control Center und vier Startgeräten mit je sechs Flugabwehrraketen. Neben Israel wird auch Deutschland das Arrow-Waffensystem ab nächstem Jahr nutzen. Wenn euch das näher interessiert, schaut euch gerne mein Video zu der Thematik an. Ich verlinke euch das auf dem i und in der Videobeschreibung. Israel entwickelt derweil mit Arrow 4 bereits die nächste Generation. Diese soll in der Lage sein, Hyperschallwaffen zu bekämpfen und Arrow 2 langfristig ersetzen. Ergänzt werden die drei bodengebundenen Flugabwehrsysteme durch Einheiten der israelischen Luftwaffe und Marine. Die israelische Luftwaffe verfügt über rund 280 Mehrzweckkampfflugzeuge der Typen F-16, F-15 und F-35i. Bewaffnet mit Luft-Luft-Lenkflugkörpern der Typen AIM-9 Sidewinder und AIM-1-120 M-RAM eignen sich diese hervorragend für die Luftraumverteidigung. Wie man unter anderem während des iranischen Angriffs im April beobachten konnte, wo ein Großteil der israelischen Kampfflugzeugflotte in der Luft war und beim Abwehr des Angriffs geholfen hat. Auch die israelische Marine trägt mit ihren Korvetten der Saar 6 und Saar 5 Klasse zur Luftverteidigung bei. Die vier Korvetten der Saar 6 Klasse sind mit 32 Barak 8 und 40 Sea-Dome Flugabwehrraketen bewaffnet. Und auch die älteren Korvetten der Saar 5 Klasse können mit ihren 32 Barak 8 Flugabwehrraketen einen Beitrag zur Luftverteidigung leisten. Bei der Barak 8 handelt es sich um eine sägestützte Flugabwehrrakete mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Die ER-Variante hat sogar eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern. Die Flugabwehrrakete ist in der Lage, Flugzeuge, Hubschrauber und Lenkflugkörper zu bekämpfen. Neben Israel nutzen auch Indien und Aserbaidschan das Waffensystem. Bei Sea-Dome wiederum handelt es sich um die marine Version des Iron-Dome, weshalb ich an dieser Stelle nicht weiter auf das System eingehe. Insgesamt kann man, denke ich, festhalten, dass Israels Luftverteidigung zu einer der besten, wenn nicht sogar die beste der Welt ist. Allerdings stößt selbst die beste Luftverteidigung bei geringen Vorwarnzeiten und Übersättigung an ihre Grenzen. Und so war Israel bei beiden iranischen Raketenangriffen auch auf die Unterstützung seiner Verbündeten angewiesen. Vor allem auf die der USA, Großbritannien und Frankreichs. Aber erstmals haben auch arabische Länder wie Saudi-Arabien und Jordanien mitgeholfen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Beitrag für ein bisschen Klarheit sorgen, wie die israelische Luftverteidigung aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Wenn ihr euch generell für die israelischen Streitkräfte und deren Fähigkeiten interessiert, schaut euch gerne mal mein Video zu der Thematik an. Ich verlinke euch das ebenfalls auf dem i und in der Videobeschreibung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig immer auf dem neuesten Stand in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik seid. An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. So wie an euch fürs Zuschauen und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. So wie an euch fürs Zuschauen und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.